Laurent Robert Blanc, Le Président, Weltmeister, leidenschaftlicher Glatz und Küsser und heute? Ein Rassismus-Skandal beschattet seine Erfolge. Doch wie gut war er als Spieler wirklich und was hat seine Trainerkarriere zu bieten? Damit begrüße ich euch zur ersten Folge Know Your Icon. Laurent Robert Blanc wurde am 19. November 1965 in der 40.000 Einwohnerstadt Alès geboren und durch nur eine Stunde Fahrtweg von Alès nach Montepierre war es naheliegend, dass dort seine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler startete. Nach nur 16 Spielen mit vier Toren für die B-Mannschaft von HSC Montepierre feierte er 1983 im Alter von 18 Jahren sein Profidebüt für Montepierre. Anfangs noch als offensiver Mittelfeldspieler, in der Zeit spielt auch ungefähr seine Baby-Icon, wurden die Bosse relativ schnell auf seine Stärke als Verteidiger aufmerksam. Er blieben insgesamt acht Jahre und absolvierte 251 Spiele, in denen er 77 Tore erzielte. Als Innenverteidiger nicht zu vergessen. In Montepierre konnte er viele Erfolge verzeichnen. Nach dem Aufstieg mit der Meisterkrönung in der zweiten Liga 1987, in der er insgesamt 18 Tore schoss, konnte man sich in der Folge der Saison Platz 3 in der Ligue 1 sichern. 1990 gewann man dann den französischen Liga-Pokal gegen RC Paris mit 2 zu 1 nach Verlängerung. Durch seine starken Leistungen erhielt er in Montepierre seinen Spitznamen, Le Président. 1990 zahlten seine vielen guten Leistungen sich aus und er wurde zu Frankreichs Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Nach seinen acht Jahren beim HSC Montepierre wechselte er 1991 zum SSC Neapel. Er blieb eine Saison, absolvierte 31 Spiele und wechselte erneut. Diesmal wieder nach Frankreich, zur Olympique Nimes, nicht sein letzter Wechsel. In dem Zeitraum von 1991 bis 2003 unterschrieb er insgesamt bei acht verschiedenen Vereinen. Seine größten Erfolge erreichte er jedoch mit Auré. Er führte das Team mit grandiosen Leistungen zum Pokal und zur Meisterschaft. Zu der Zeit in Auré spielt auch ungefähr seine Mit-Icon. Durch die erstaunliche Saison wurde der FC Barcelona auf ihn aufmerksam, wo er 1996 bis 1997 eine durchwachsene Saison spielte. Nach Barcelona ging es dann noch zu Olympique Marseille und Inter Mailand. Seine letzte Station in seiner Karriere war bei Manchester United. Er kam 2001 und blieb insgesamt drei Jahre. Auch in der Nationalelf konnte Blanc glänzen, vor allem während seiner Prime-Zeit 1998 bei der heimischen WM. Durch unter anderem seine starken defensiven Leistungen kassierte die französische Nationalmannschaft insgesamt nur zwei Tore über den gesamten Turnierverlauf. Ebenfalls erzielte er während der WM das erste Golden Goal der WM historiell gegen Paragot. Zu der Zeit spielt zum einen seine Prime-Icon und seine Prime-Movements-Karte. Am Ende gewann Frankreich die WM im eigenen Land, unter anderem durch Le Président. Das wahre Geheimnis des Erfolges ist jedoch, dass L'Homme Blanc begann bei der WM 1998 die Glatze des Keepers Fabian Batiste zu küssen. Als Frankreich dann nur ins Finale einzog, kam auch der französische Präsident Jacques Chigarac die Mannschaft in der Kabine besuchen und ließ es sich nehmen, auch die Glatze zu küssen. Am Ende wurde man Weltmeister. L'Homme Blanc schlug nach seiner aktiven Zeit als Spieler eine Trainerkarriere ein. Diese war aufgrund eines Rassismus-Skandals 2011 in der französischen Nationalmannschaft jedoch nicht ganz Unmensch tritt. Nach anschließender Stelle bei Paris Saint-Germain trainiert er seit 2020 Al-Rayyan SC in der Qatar Stars League. So Freunde, in dem Sinne solltest du es für das heutige Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, ja, heute mal ein ganz neues Format. Kurs geht auf jeden Fall auch raus an Noah und Jan, die mir bei dem Format sehr geholfen haben. Ich habe jetzt lange nichts gebracht, das tut mir wie gesagt sehr leid. Ich habe zur Zeit sehr, sehr viel Stress um die Ohren. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Alken als nächstes kommen soll. Und bei der Gelegenheit auch gerne, wie ihr das Format findet. In dem Sinne Freunde, wieder schauen, reingehauen, haut rein. Ciao.